Unsere super kuscheligen Decken bekommen ein neues Geschwisterchen, unsere Waschlederdecken. Mit der neuen Waschlederdecke gehen wir einen Schritt weiter. Die Vorteile aus unserer altbewährten Kuscheldecke in der Kombination mit einem Unterboden aus italienischem Waschleder sorgen für Indoor- sowie Outdoor-Tauglichkeit ohne Verlust an Komfort. Das Waschleder müsst ihr euch so vorstellen. Es ist weich wie Butter beim Anfassen wie echtes Nupukleder. Kühlt im Sommer, 90% wasserdicht und Verschmutzungen werden in der ersten Runde mit warmen Wasser und Seife beseitigt. In Kombination mit dem Diva-Deckenmaterial ist sie sogar waschmaschinen- und trocknertauglich. Unsere Waschlederdecken werden selbstverständlich in unserer Manufaktur in Handarbeit gefertigt. Es bedarf einer großen Erfahrung im Handwerk, das Waschleder mit der Diva-Steppdecke zu verbinden. Aber das können Moni und Anita besonders gut bei uns, meine Deckenmädchen. Ob für den Transport, die Terrasse oder den Hof, das Einsatzgebiet ist für unsere Decke sehr vielfältig. Diese Decke ist im Augenblick in der Größe 100 x 70 cm erhältlich. Sondergrößen können wir gerne anfertigen, da fragt uns einfach persönlich an. Mit der neuen Waschlederdecke kam auch gleich unsere neue Mitarbeiterin, die Ritschbeck-Hündin Jabali. Mit 8 Wochen ist sie bei uns eingezogen und hat ihre ersten Dreharbeiten bei uns absolviert. Danach war sie mächtig kaputt, aber sie ist so süß. Ritschiped, das Original.